Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu Episode 7 von The Desolate Hope, nicht irgendwas anderes, sondern The Desolate Hope. Und wir steigen direkt ein und gehen zu Mirad und versuchen den Endboss dieses Levels zu finden und zu töten. The virus is another target in this area. Speak with Mirad. Ja, okay. Machen wir gleich. Aber ich gehe jetzt erstmal nochmal auch nochmal in die Wasserlöcher rein. Und schaue, ob ich in den... ...in den Türen hier was finde noch irgendwie, was ich vielleicht noch nicht habe. Sehr gut getroffen. Vielleicht habe ich den hier noch nicht gemaxed. Ja! Sehr genial. Ja, ich glaube den habe ich jetzt schon komplett. Schon mal gut. Ja! 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 sowieso schon ist auf gelb habe ich alles schon maximal hier habe ich auch noch nicht kannst du vieles meilen wie du willst blödes wie schon gefunden das ging aber fix sehr gut so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 kann weil ich ja in so vielen orten schon war ich hoffe mal nicht dass die es der virus irgendwo hinter in der sondertür ist ich habe nicht mehr so viel zeit ich habe hier auch nicht ich gehe mal davon aus dass er nicht unbedingt dort ist wo ich schon mal hier bosse bekämpft aber na gut dann eben noch mal kurz leveln in der night phase jetzt vielleicht doch noch mal wenn ich eine finde eine power cell mitnehmen ich ich renne auf jeden fall wieder bis zum ende des levels ich will wissen ich versuche ich versuche einen gegenstand zu kriegen und zwar einen schraubenschlüssel den man bei täter einsetzen kann ich bin 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 das scheint es schon gewesen zu sein mann o mann denkt denn findet man nicht so einfach oder ich muss tatsächlich erst alle alle endbosse töten hoffentlich nicht so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, ist das ärgerlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist hier dieser Jet's Mad Station Warum muss ich für den Hackchip hier 10.000 ausgeben? Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Vielleicht ist der Boss auch über Wasser. Das kann natürlich auch sein. Bei dem war ich definitiv schon und habe alles gekauft. Jetzt gehe ich über Wasser nochmal zurück. Vielleicht ist der Boss auch irgendwo getarnt und ich kann ihn nicht auf den ersten Blick sehen. Io! Okay. Ich habe mich überraubt. Ich bin nötig. Fast-enachsen ! ä-ägeschichte – denn das ist hier? Ich bin nötig. ich bin ich doch überall schon gewesen Wo ist dieser beknackte Boss? Da ist er! Auf in den Kampf! Ok, Level 15 ist Bio Vita Ok, ich muss definitiv schnell... Oh, das ist gut! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I've renewed faith in you forgive me for for the sin You'll have to search for it You'll have to search for it Let's see Let's go We'll see I'll see Let's go Here Let's go Let's go Let's go Pop, 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 sie alle poppen. Jo, auch nicht. Ah doch, hier rechts. Alter Schwede. Boah, eine Güte. Ich hab gleich verloren. Wieso haben die mich sofort so One-Shotted die ganze Zeit? Dann gehen wir erst zu Bio-Beta, vielleicht hat der ein bisschen, ist das ein bisschen easier. Bis zum nächsten Mal. Ja, hier muss ich natürlich wieder danach gucken, searchen, suchen. Mischung aus Deutsch und Englisch ist schwierig manchmal. Okay. 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 Nein. Ah, ich weiß wo er ist. Da oben rechts. Ich weiß wie ich da hinkomme, aber jetzt ist die Zeit aus. Okay. Okay. Nachtphase. Five days left. Okay. Ich hoffe ihr habt genügend Power für den Rest. Okay. 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 Nee. mach. Ich weiß nicht tat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Geld habe ich genug Geld habe ich genug Geld habe ich genug Geld? Das ist ja auch die Frage, wenn jetzt wieder vielleicht, ja genau, wenn ich jetzt hier ans Ende des Levels überhaupt kommen kann. Das ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt hier ans Ende des Levels habe. Das ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt hier ans Ende des Levels habe. Ja, endlich mal und ich glaube, das ist jetzt, ah, ein old wrench, will it take it with you? So, natürlich werde ich es mit mir take it. Dann machen wir noch ein bisschen Geld hier. Okay, das sind ja nur noch zwei. Okay. Okay. Jetzt habe ich das Item gefunden, was ich finden wollte. Damit kann ich jetzt nämlich zu Täter gehen. Glaube ich. Warum? Benutze es doch bitte. Oh Gott. Warum kann ich es nicht benutzen? Muss ich es bei Nacht benutzen oder what? Jetzt. You broke a loose small microchip and uploaded its contents to the database. I wonder what the results will be. Okay. Hm. Keine Ahnung. Wie auch immer. Bio Beta it is again. Bio Beta it is again. Pierre. Körling. Körling. Der Monwards. Fah. Der Monwards. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier sollte jetzt am Ende des Ganges Der Boss sein Und ab geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da war, da war Da war Täter Oh, da war Oh, da war Oh, da war Mist Gewonnen Oh, da war Don't keep me waiting The Spence is killing me The virus was attacking the programs Biobeta was developing for his robotic humans Mainly the programs to simulate emotions and early development Are you saying the virus wants to be happy how sweet well good work retrieving this piece of data Every little bit helps Das war jetzt alles, das war jetzt alles zum Boss, ja Er will ein glückliches Kind sein, was I don't know Ich versuche sofort nochmal Ich versuche sofort nochmal den Endboss bei Elphos zu töten I don't know Sure 校 bonne Denk holding Him 君 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, blau ist jetzt voll. Ach shit, ich wollte repairen. Mist. Oh shit, ich glaube, das geht schief. Mini-Games laden, wenn das klappt. Oh je, oh je, wieder verloren. Alter Schwede, ist der hart, der Boss. Na ja, direkt nochmal, oder? Was soll ich auch anderes tun? Wenn ich es wieder nicht schaffe, keine Ahnung, dann glaube ich, würde ich sogar erstmal die Episode beenden wollen und ein bisschen recherchieren. Oh, jetzt bin ich das erste Mal runtergefallen. Okay. 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 Ja, ich weiß, ich weiß. Oh. Oh. Die Eier. Ja. Also ich muss wesentlich schneller meine Verteidigung aufbauen. Boah, wie schnell die alle K.O. sind. Ich muss die Strength, ich muss alles, ich muss, ich muss das, ich muss den Typen 20 mal hacken oder sowas. Na gut, äh, dann werde ich jetzt nochmal Pause machen und beim nächsten Mal dann hoffentlich diesen letzten Boss, bevor ich auch vielleicht noch in die Täter-Simulation komme, ich weiß es ja nicht, äh, dann töte. Ja, äh, bis dann und danke fürs Zuschauen bei Episode 7, glaube ich, von The Desolate Hope. Danke, ciao.